In der Stehauf-Werkstatt essen wir fast jeden Mittag zusammen im Team. Warum machen wir das? Weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man gemeinsam den Tisch teilt und gemeinsam zu Mittag isst, dass man danach anders vom Tisch aufsteht und darüber über dieses gemeinsame Essen zusammengewachsen ist. Wir können auch bei uns feststellen, dass das gemeinsame Mittagessen, wo einer quasi für das ganze Team kocht und das wechseln wir immer wieder ab, wir natürlich auch sehr viel voneinander erfahren. Mal von den kulinarischen Vorlieben, ganz abgesehen, erfahren wir auch, wie geht es dem einen. Kommen auch Gespräche, was passiert gerade zu Hause oder welche Visionen hat der ein oder andere oder wo hat er Fragen im Leben, wo er vielleicht nochmal die Meinung von jemand anderem haben möchte. Solche informellen Gespräche, die so nebenbei beim Essen geschehen, die sind unglaublich wertvoll und die schweißen unser Team enorm zusammen. Deswegen sind Mittagessenszeiten bei Stehauf sehr beliebt. Übrigens auch zwischenzeitlich bei unseren Kunden, die schon ihre Termine so legen, dass sie mit uns gemeinsam Mittagessen können. Also sie sind herzlich eingeladen. Wenn es sich mal ergibt, kommen sie vorbei und essen sie mit uns zu Mittag. Wir freuen uns immer über Gäste. Sie sind uns immer herzlich willkommen. Be Untertitelung des ZDF, 2020